So, hello, guten Abend. Es ist mal wieder Zeit für Ezo, wer hätte es gedacht. So, machen wir jetzt mal unseren Daily-Kram, ha? Also jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwas analysieren können. Nö, was läuft alles noch? Wie sieht es denn hier aus? Hier können wir. Fünf Tage, ein Tag, zwei Tage, 16 Tage, fünf Tage, aber auf jeden Fall hier. Und zwar... ...un Ton. Hm? ... 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 Das wird fährt. Die besten Reiko. Was machen die Leute hier wohl, wenn sie Spaß haben wollen? Ich möchte Glyrion eines sagen. Ich tolle nicht. Nichts. Hier faszinierende Geschichten auf Lager. Kiles, ich halte von Piraten. Ihr seht. Was sind schon ein paar Dänen? Ihr seht mir nicht aus wie... Nun denn, nun denn, nun denn. Hey Manta. Ja, ich habe gestern heimlich trainiert und habe noch 160 erreicht. Tatsächlich. Jetzt kann ich loslegen, die ganzen Sachen zu grinden. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Crafting wird noch ein bisschen schwierig. Da fehlen mir... Da muss ich jetzt noch die letzten Analysen machen. Für meine ganzen Rüstungen. Oder für die Rüstung und Waffen. Also gerade vor allem die Rüstungen, die brauchen jetzt 5 Tage. Okay, also das dauert auf jeden Fall noch sicheren Monat, bis ich craft-ready wäre. Bis ich mir selbst die Sachen craften könnte zumindest. Die ganzen Julianos-Sachen. Ich könnte sie natürlich alternativ im Auktionshaus kaufen. Aber das Zeug ist so teuer. Kann ich mir nicht leisten. Keine Chance. Ja, also angeblich der Start, wo man, wo, was weiß ich, ein guter Start ist, ist das Julianos-Zeug. Das sei ein guter Start. Was ich jetzt so gehört und gelesen habe. Aber da musst du halt, was waren das, glaube ich, 7 Sachen analysiert haben. Auf jeden Fall bis zu der Stufe, wo es 5 Tage dauert. Also bis und mit der Stufe, wo es 5 Tage dauert, zu analysieren. Und danach... Also das wäre angeblich das Einfachste, was man sich holen könnte. Also, äh... Schmuck und Waffen. Äh, Law of Julianos. Und, äh... Rüstung... Spinner's Garments. Ausser Kopf und Schulter. Kopf und Schulter ist halt hier ein Monster-Set. Aber, da ich mir das nicht leisten kann... ...und oder noch nicht craften kann, werde ich wahrscheinlich diese Stufe einfach überspringen. Und direkt zu... Der... Äh... Nicht-Trial-Version. Da brauche ich... Was haben wir hier? Äh... Serischen Schätze würde ich gar nicht nehmen. Klar, das ist gut. Aber das sind so die... Wenn du zu faul und zu reich bist, dir irgendeinen Aufwand zu machen, Setup. Was dir halt irgendwer anders herstellen kann. Aber bis du selbst soweit bist, das Zeug selbst herzustellen, brauchst du... Amore. Eben, eben, eben. Das ist das Problem. Also werde ich das wahrscheinlich überspringen. Okay, das Problem ist jetzt hier... Sagt er mir, dass ich trotzdem... Teilweise Law of Julianos nehmen soll. Aber... Was ist das hier? Äh... Das ist... Warum ist das hier? Invite? Ne. Das ist... Kalurions Erbe. Oder Kalurions Legacy. Was macht das Set? Schauen wir es uns mal an. Gewährt kritische Trefferwertung. Gewährt Magie und Waffenkraft. Gewährt noch mehr Crit. Dann der Fünfer-Set-Bonus. Wenn ihr mit einem leichten oder schweren Angriff kritischen Schaden verursacht, feuert ihr ein Projektil auf das Ziel ab, das Feuer, Frost, Schock oder Seuchen Schaden verursacht und den zugehörigen Status-Effekt anwendet. Dieser Effekt kann einmal alle 5 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie und Waffenkraft, je nachdem was höher ist. Äh... Das bekommt man... Im Krallenhort. Okay. Und Kopf und Schulter soll ich Grothdar nehmen. Und Grothdar ist auf Deutsch. Wahrscheinlich genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und das gibt's... Jetzt ist Invite. Das gibt's... Äh... Kammern des Wahnsinns. Oder auf Englisch... Walls of Madness. Das ist was der Bild oder der Guide mir sagt, was ich... Was ich mir holen... Was ich... Was ich holen soll. Und der Rest ist halt dann... Äh... Raid. Zeug. Nächste besseren Sachen. Oh! Hilfe! Du zahlst diesen Fisch auszunehmen. Ihr da! Ich habe einen lukrativen Vorschlag für euch. Hä? Willkommen an Bord. Eure Begeisterung... Der Kapitän... Hm? Ich bin noch nicht weit. 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 Willkommen an Bord für euch. Der Galgen... Wööööö. Wöööö. Leute... Those laufen... Kalurion, Ghostar und was noch? Ja, der Rest soll ich halt mit Julianus auffüllen. Laut dem Guide. Also wenn ich das jetzt ganz genau nehme, Brust, Gürtel, Schuhe und eine Waffe, Kalurions Legacy, Hosen, Hände, Schmucklauf, Schulunianus, zweite Waffe, Crushing Wall, ja und Kopf und Schulter, Grothar. Gas geben, sonst kicken ich gleich raus hier. Wait. Aber ich muss nur gucken, was ich dann alternativ nehme, statt dem Julianus Zeug. Ihr habt es geschah. Das weiss ich noch nicht. So. 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 So, ich habe hier hinten einen Schädel. Okay, okay. Ostheim. Ah. Ich habe hier den Tod. Das ging schnell. Bleiben Sie stehen. Jetzt zeigt mir dieses Ding. Bei den Acht. Ihr habt einen der Schädel. Und ihr scheint nicht... Es geht los. Das sollte genügen. Endlich wird dieser Albtraum ein Ende haben. Seid ihr verrückt, Gerissene? Ihr werdet uns alle töten. Darum geht es ja, mein Freund. So kann kein Mann leben. Oh, sch... Untote? Oh. Oh. Okay, 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 okay. Jetzt habe ich dich verwinkelt. Yep. So... So... Oh! Boah, gestern habe ich PvP gemacht, also nicht das grosse PvP, sondern das kleine. Und boah, habe ich das getriggert. Das ist halt schon krass, ich habe ja überhaupt keine Chance, ich kann nichts machen. Da war so ein Typ dabei, oder ich glaube zwei Typen, sogar im gegnerischen Team. Wir hatten so, ich glaube das, was der hier auch macht, glaube ich sogar. Der eine Typie. So ein Todesstrahl. Holy shit. Mit diesem Todesstrahl konnte ich einfach gar nichts machen. Er hat mich, also, ich bin so schnell gestorben. Lass dich einfach durch, meine Dame, habe ich schon daFi- Okay. Das war das Gegenteil. Das war das Gegenteil von Spaß auf jeden Fall. Aber irgendwie beim zweiten Mal haben wir das dann auch geschafft, um den zweiten Platz zu landen irgendwie. Obwohl ich ein Team war. Aber ich war nie Letzter. Das erste Mal, wo wir komplett verkackt haben, da war ich sogar auf dem ersten Platz von den Punkten her. Obwohl ich gar nichts mag, weil das war da, wo man Fahnen erobern muss. Also nicht Capture the Flag, aber halt nur so King of the Hill. Wo so verschiedene Fahnen spawnen random, die man einfach halten muss. Da hatte ich sogar am meisten Punkte von unserem Team, obwohl ich bei weitem der schlechteste Equipte war. Das war traurig, weil ich das Einzige war, irgendwie ob Jacky's versucht hat zu spielen. Obwohl ich nicht viel machen konnte, ich konnte kurz vielleicht mal erobern. Für ein paar Sekunden. Bis dann irgendwie das gegnerische Team kam und dann war's vorbei. Das musste nicht mal das gegnerische Team kommen, das reicht ja eine Person. Ich war so schnell tot. Ich war so schnell tot. Was mir geholfen hat, ist es dieses Vampir-Sprinten hier. Da konnte ich mich teilweise immerhin anschleichen oder an den Gegner vorbeischleichen. Zu einer Fahne hin. Was. Das war's. Was ging dann immerhin? Was ist? Wer stört die Runde von Kapitän Schwarzherz? Ihr seid weit gereist, nur um zu sterben. Den Schwarzherz? Diesen Strahl. Das ist der Drecksstrahl, ich hasse den. Holy shit, hat der mich gekippt. Aber es ist einfach so lame, es ist einfach nur so ein Strahl, ich kann nichts machen. Außer halt irgendwo mich versuchen zu verstecken oder so. Eindruck mich weiterhin, meine Freundin. Ihr habt Schwarzherz geschlagen. Jetzt soll Schwarz viel. Okay, das war schnell in der Dungeon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich je frei von euch sein würde, Schwarzherz. Aber der Tag ist endlich da. Und ich werde eine schöne Belohnung. Das war doch nicht ein schneller Dungeon. Das war doch nicht ein schneller Dungeon. Was soll ich als nächstes skillen? 15 Invanderer, okay. Beep, beep. So, gab es irgendwas Gutes? Schauen wir mal. Äh, da, 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 da. Äh. Die besten Wagen, mein Spiel, right? Oh. Ja, maximales Leben ist jetzt zwar nicht so geil. Sonst war da aber leider nichts dabei. So, was müssen wir jetzt machen? Wir haben Rüsschen. Machen. Eiscap. Heldengrund 1. Schwarzherz und der Schlupf. Ah, geil. Das haben wir ja gerade gemacht. Ja, cool. Dann nur noch Eiscap und Eldengrund 1. Eiscap, Eldengrund 1. Eiscap, Eldengrund 1. Eldengrund 1. Und Eiscap. Da. Was muss ich ihm bei noch machen hier? So. So. Die Kriegergild. Die Kriegergilden-Daily ist deutlich angenehmer als die Magiergilden-Daily. Weil er ist einfach nur so, ja, äh, geh irgendwo hin und mach ein Anker. Fertig. Bei der Magiergilde so, ja, du musst in diesen öffentlichen Dungeon reingehen und dann musst du da ganz am Ende von dem Dungeon, musst du da irgendwas aufsammeln. Ich meine, theoretisch kann man einfach durchsprinten, vor allem gerade mit meiner Vampirfähigkeit hier. Das ginge. Aber ich will die ganzen Dungeons dann meistens auch direkt gerade komplett machen, wenn ich schon da bin. Zumindest so weit es geht. Das dauert dann meistens ein Weilchen. Vor allem das Problem ist, glaube ich, die falsche Seite. Sag eure Schwester auch eine Schar Schmetterlinge, als sie dort war? Glaubt, was ihr wollt. Ich bin nur froh, dass ich dir... Glaubt, was ihr wollt. Seid ihr, hier gibt es irgendwo einen Süßigkeitenladen? Sehen wir uns mal um. Oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch schnell, äh, in... Direkt nach Sturmhafen und machen das nicht direkt. Da ist einer. Da unten. Hier oben. Gehen wir hier hin? Schauen wir mal schnell. Vielleicht haben wir gerade Glück. Ja. Haben wir. Schneeell. Schwimm schneller. Muss nur irgendwie einen Auto-Attack machen. Komplex. Wir gar nicht. Aber wir wollen. Schauen wir mal. Haben wir noch. Belab ist da. Du bist irgendwie nicht im Plan. Das ist ein schönbleibender Eindruck. Erwerben sich sterblich, soll ein Sturm euch nach kein Tag bringen. Ihr habt nichts gereicht, sterblich. Easy peasy, direkt fertig. Siehst du, so schnell geht das. Schon ist es vorbei. Bin ich in Fight? Mit wem? Wenn doch nur alle Dailys so schnell gehen würden. Und wenn man kein Tank ist, wartet man auch ein paar Minuten, bis man Invite hat. Das Blöde ist aber, glaube ich, wenn ich jetzt... Ich weiß, dass es beim Gewölbe so ist, wahrscheinlich im Dungeon auch. Wenn ich jetzt in den öffentlichen Dungeon reingehe, während ich angemeldet bin für Verliese... Und ich kriege einen Invite, während ich in dem Verlies drin bin. Und ich gehe da rein, dann bin ich danach wieder am Anfang von dem Dungeon. Das ist ein bisschen doof. Tatsächlich. Oh, das ist ein Grafwald. Ganz oben links. Ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen informiert über Vampir. Und was ich jetzt so aus mehreren Videos, die von verschiedenen Leuten kommen, rausgehört habe, ist, dass Vampir entweder für Solo-Content ist... Oder halt, wenn du Solo-Spielen möchtest, einfach unkillbar sein möchtest. Zum Beispiel. Und einfach Solo-Content, den Content Solo machen möchtest. Und nicht Trial-Sachen dementsprechend. Also vielleicht sowas wie Veteranen-Dungeons oder so, vielleicht noch. Oder hier die endlose Bibliothek. Und halt PvP. Dafür ist Vampir sehr gut. Oder wenn man halt vielleicht einfach auch auf der Welt rumlaufen möchte. Gerade mit diesem Sprint, den ich hier habe zum Beispiel. Ist halt sehr praktisch, weil du halt durch alles durchschleichen kannst. Also Questen. Questen ist auch ziemlich geil. Ich glaube halt einfach so von 1 bis 50 hoch. Questen. Wenn man das möchte. Ist auch sehr nice, weil du halt einfach durchrennen kannst. Zum Ziel von der Quest. Oh mein Gott. Aber wenn du... Oh. In der Gruppe spielen möchtest... Und später vielleicht Trials machen möchtest. Dann ist Vampir nicht so geil. Da bist du besser dran. Wenn du einfach... Ja, halt. Basis... Die Basisklasse spielst. Oder wenn du... Und wenn du PvP machen möchtest... Ich glaube... Fast alle in PvP... Oder... Ja, nicht fast alle, aber... Viele Leute in PvP spielen Vampir. Das Problem ist halt im PvE hast du... Also im Gruppen... Gruppen PvE. Also... Oh. Wow. Komm direkt rein. Du hast halt fast nichts, was dir was bringt im... Gruppen PvE. Das gilt ja nochmal auf 3. Das war mal ein Meter auf Markiker. Das ist... Ja. Genau. Und du schneidest... Und ich finde halt... Ich finde halt... Was ich auch krass finde... Ist halt die... Äh... Äh... Der Nachteil... Von Vampir Stufe 4. Oder generell, wenn du die Vampir Stufe hoch machst. Ich finde die... Ich finde den Nachteil einfach zu krass. Du hast 3 negative... Du hast 3 negative Sachen. Damit deine Vampir Skills weniger Mana kosten. Und das finde ich halt ein bisschen... Oder... Weniger Ressourcen kosten. Das finde ich halt ein bisschen... Äh... Der nutzt maximal... Sagen wir mal... Der nutzt maximal... 3 Vampir Skills. Ja, sagen wir jetzt mal... Du übertreibst es... Und sagen wir mal... Du bist ein Solo-Spieler. Dann benutzt du halt... Den 3er-Angriff. Den ich aktuell in der Leiste habe. Äh... Dann vielleicht noch... Äh... Die Ulti. Logischerweise. Und... Äh... Dann vielleicht noch... Äh... Mystic Cloud. Oder wie das Ding heisst. Vielleicht noch. Oder... Äh... Mesmerize. Der Stun. Wenn du alleine spielst. Vielleicht. Das heisst... Du nutzt maximal... 3 Vampir Skills. Sünde das an! Aber du hast... 9 andere Skills... Die nicht Vampir Skills sind. Die dann teurer sind. Oder die mehr Ressourcen kosten dann. Heisst du machst... Du machst... 3 Skills günstiger... Damit 9 Skills teurer werden. Ich meine... Ja okay... Du hast dann noch... Die Passiven vom Vampir... Dass du weniger Schaden kriegst. Äh... Und dass du... Beim Schleichen schneller bist. Okay. Gut. Aber das ist jetzt... Dungeonmässig auch nicht... Wäre nicht relevant. Deshalb... Weiss ich nicht. Ist ein bisschen schwierig. Höchstens vielleicht noch... Der eine Buff... Bei dem man sich selbst... Leben entzieht. Aber da musst du gut spielen. Sonst... Gehst du dem Heider auf den Sack. Ja. Der geht vielleicht auch noch. Ja. Aber eben genau wie du sagst. Da musst du aber wissen... Was du tust. Aber da ist halt wieder die Sache... Ist es besser... Als wenn du normal Necromancer spielst. Oder normal Wargon. Oder... Normal Magier. Macht das das... Macht das die Klasse dann besser? Oder ist es einfach nur so... Ja. Man kann es spielen. Es funktioniert. Aber man gibt sich selbst ein Handicap. Es ist halt so... Momentan ein bisschen schwierig. Aber PvP... Wenn ich jetzt PvP-Spieler wäre... Würde ich natürlich nicht sagen... Ja geil. Vampir. Beste. Gibt nichts... Gibt's nichts... Gibt nichts Cooleres. Aber... Bin immer noch im Überlegen. Aber ich kann ja... Ich kann ja switchen. Ich habe ja herausgefunden. Tatsächlich. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also ich wusste irgendwas von... Man kann irgendwie... Äh... Skillungen switchen. Das wusste ich. Irgendwas. Dass es da was gab. Ouss. Aber nicht genau wo. Oder was. Aua. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber man kann ja... Im Arsenal kannst du ja hin und her switchen. Das heisst... Ich kann einfach hingehen... In ein Arsenal. Zu jemandem nach Hause. Zum Beispiel Korni. Den habe ich ja... Hatte gesagt... Ich soll einfach zu ihm nach Hause gehen... Wenn ich irgendwas brauche. Und... Da kann man sich so Sets speichern. Auf zwei Stück kann man gratis speichern. Da kannst du wirklich komplett alles speichern. Skills. Äh... Championpunkte. Ähm... Ja, halt alles. Was du gerade anhast. Und da kann ich einfach switchen. Und dann bin ich kein Vampir mehr. Kann ich eigentlich nur hier switchen. Ohne dass ich jetzt irgendwie... Komplett mich reinigen muss. Von der Vampir... Von der Vampir... Äh... Gestalt. Und dann wieder... Und dann erstmal wieder jemanden suchen muss. Der mich... Der mich beißt. Sondern kann ich einfach hin und her switchen. Also der Grund, warum man... Damals den Vampir genommen hat, war... Dass dieser Dreier-Skill Leben statt Magica kostet. Das macht das Magica-Sustain einfacher. Ich glaube den gibt es sogar noch. Also du... Es gibt ja jetzt... Äh... Der andere Morph kostet glaube ich sogar... Äh... Leben. Immer noch. Und dann... Ihr werdet mich nicht aufhalten. Mein Fürst kommt mit einer Armee, die diesen Krieg für die Altma beenden wird. Der Tod ist nicht das Ende. Aber das lustige ist, irgendwie habe ich als Vampir gar keine Mana-Probleme. War es das schon? Oh. Ähm, muss man hier ein bisschen... Zumindest der Sound ein bisschen zu laut ist. Ähm, ja, aber der Skill, das es Leben kostet, gibt es noch. Jetzt kann man es, glaube ich, gerade nicht angucken. Die Nebelgestalt war halt früher auch saugeil. Also früher, also vor, was war das, vor zwei Jahren, glaube ich, noch, war das? Da war sie ja fast schon zu OP. Da war es drei Jahre her, da war das Ding zu OP. Da hast du ja irgendwie 75% weniger Schaden genommen, von allem. Und hast Schaden gemacht währenddessen. Ja, schade, dass die Zeiten vorbei sind. Was ich daran, dass du auch Ausdauerskills verwendest. Wir haben Magica-Skills nur mit Max Magica und Magiekraft skaliert. Und Ausdauerskills eben mit Max Ausdauer und Waffenkraft. Ich weiß gar nicht, wann genau das... Ah. Ja, stimmt. Das Teil kostet Ausdauer, hast du recht. Das kostet gar nichts. Ja, aber der Skill, den ich relativ oft spame, ist halt das Teil hier. Ja, stimmt. Das kostet natürlich nur Ausdauer, kostet Ausdauer, ja. Das ergibt natürlich Sinn. Deshalb kann man heutzutage viel leichter ein Bild bauen, das nicht zu viel von einer bestimmten Ressource verbraucht. Ja, ich hab mich halt voll gewundert, weil bei dem Guide steht halt drin so, ja äh, Vampir hat extrem Mana-Probleme, deshalb müssen wir das und das Bubfood benutzen. Und dieses und dieses Set und, äh, ja, müssen dann halt quasi damit wir hier mehr, äh, Magica-Regeneration haben. Und ich wundere mich extrem, warum ich kein Mana-Probleme habe. Oder so wenig Mana-Probleme habe. Und ich benutze sogar noch einen Skill, den er gar nicht benutzt. Diese Kugel hier. Die nutzt er gar nicht in seinem Build. Und statt der 5 benutzt er den Heilgeist, aber das ist, glaube ich, für Solo-Play, was er da zeigt. Und, äh, vorhin, wo ich, äh, nicht Vampir gespielt habe, da hatte ich Mana-Probleme. Da hatte ich extrem Mana-Probleme, weil da habe ich halt den Dings drin gehabt, hauptsächlich, äh, was das Mana-Problem verursacht. Hier, der Querschläger-Schädel. Weil den spammst du halt wirklich die ganze Zeit. Abgesehen von den ganzen anderen Skills. Aber der ist halt wirklich ein magischer Spam-Skill und den spammst du halt wirklich die ganze Zeit. Da, das kostet extrem Mana, aber momentan habe ich echt keine Probleme. Das ist... erstaunlich. Dazu müssen wir noch einen Eiscup rein. Aber der Dreier-Skill ist halt ganz cool. Also, dieser Vampir-Kratzer da ist halt nice für Klassen, die halt sonst keinen Nahkampfangriff haben. Wie zum Beispiel der Necromancer. Oder kein Nahkampf-Spam-Skill. Der Necromancer hat halt keinen Nahkampf-Spam-Skill. Also, ich glaube, wenn man vielleicht hier ein Bild machen möchte, wo man, äh, Nahkampf-Nekromancer ist, kann ich mir, kann ich mir das auch sehr gut geil vorstellen. Oder Borden, glaube ich, war das, der hatte, glaube ich, auch kein, glaube ich, auch kein Skill. Das ist halt dann schon nice, dass du halt dann so einen Nahkampf-Spam-Skill bekommst für Klassen, die das nicht haben. Warte mal. Jetzt könnte ich das ja zeigen, genau. Jetzt kann ich einfach durch... durchrennen. Ah, aber ich muss Mobs töten für die scheiße... ...ähhh... Diese... das da. Hier endet unsere Geschichte nicht. Zurück ins Reich des Vergessens mit euch. Zurück ins Reich des Vergessens mit euch. Hallo, ich hänge fest. Aber wie gesagt, man kann ja, wie gesagt, mit dem Arsenal kannst du hin und her switchen. Ohne Probleme. Ich glaube, ich werde dann einfach mal... Ich habe mir schon einen Vampir-Slot jetzt gemacht. Ich glaube, ich switche einfach mal. Guck mir das an. Nochmal. Kann ich ja immer hin und her switchen. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, was ich ganz cool fände. Und das gibt es ja. Wenn du zwei Skillungen haben kannst. Gut, in meinem Fall ist es Vampir-PVE-Skillung und Nicht-Vampir-PVE-Skillung. Aber das Geile ist, kannst du halt dann Tank-Build machen und PvP-Build machen. Und du kannst dir noch mehr Arsenal-Zeiten dazukaufen. Ich finde zwar 15 Euro dafür ein bisschen teuer, aber... Immerhin gibt es die Möglichkeit. Du kannst... Du könntest ja noch einen Tank, kannst du für jede... Skillung was machen. Tank-Skillung. Pfeiler-Skillung. So, und jetzt ist halt das Coole vom Vampir. Das ist halt echt praktisch bei diesen Dailies. Jetzt kann ich halt einfach durchrennen. Das ist halt schon cool. Das ist halt echt nice. Es ist auch im PvP cool. Also wenn du in Zero-Deal bist. Zum Beispiel ist das echt geil. Du kannst einfach durchrennen. Die Leute sehen dich nicht. Es gibt alles, was ihr habt. Es hat halt seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wenn du wirklich später auf wirklich krass Endgame, also Veteran-Dungeons und Trials gehen möchtest, dann solltest du wahrscheinlich umskillen, weil ich glaube... ...da werde ich als Vampir nicht sehr weit kommen. Außer ich finde eine Gruppe, die mich durchcarryt oder so. Da gehst du, da solltest du ja wirklich so, was ich jetzt gehört habe. Ob das immer noch stimmt, weiss ich nicht. Das war aber ein relativ aktuelles Video. Dass du so... Ja. Mindestens 100.000 DPS machen solltest, damit du... ...da gescheit... ...was erreichst. Da kann das natürlich sein, wie in allen MMORPGs oder in allen Team-Games, wenn du diesen... ...dieses... ...dieses... ...ääh... Wenn du diese Anforderung nicht erfüllst, kann es halt sein, dass du nicht mitgenommen wirst oder dass du rausgekickt wirst. Dann gibt es ja Damage-Meter. Und dann gucken die Leute da halt nach. Und wenn sie sehen, hey, der Typ, der macht irgendwie nur 60k DPS, was soll das? Dann sehen sie, oh mein Gott, der Typ spielt Vampir. Was macht der Typ? Und dann kann es halt sein, dass du dann rausfliegst. Vor allem... ...wenn es dann die ersten Vibes gibt. Dann fliegst du raus. Damit muss man halt rechnen, wenn man keine Meta-Bills spielt. Aber das ist nicht nur hier ein Eso-So, sondern das ist, das ist, äh... Oh, ein Auridon muss ich da rein. Ja, nice. Das hast du überall so. Das ist halt... heutzutage normal. Kann der Dungeon nicht näher sein? Kann mich von da... Ach, da kann ich mich gar nicht importen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch so lange spielen werden, dass wir da in Trials reingehen. Das weiß ich gar nicht, was die anderen zwei dann überhaupt noch vorhaben. Aber da müssen wir eh dann noch eine Gilde finden. Die dann auch gebildet ist, drei Neulinge mitzunehmen. Und da müssen wir uns Guides angucken, weil die Bosse haben ja dann diverse Mechaniken auch, an die man sich halten muss, wie man es halt so kennt. Nur schon die Veteranen-Dungeons sind schon so. Wir waren ja mal ganz kurz in einem Veteranen-Dungeon drin und da haben wir geschrieben so, ja, wir sind ja das erste Mal drin und da ist ein Typ instant raus. Hat wahrscheinlich auch unser Champion-Level gesehen. Hat sich gedacht, nope. I'm out. Ich hab Bock drauf. Du siehst nicht die DPS-Zahlen von einzelnen Spielern, außer sie erlauben das. Aber in einer Dungeon-Gruppe, wenn du selbst die DPS spielst, kannst du einen DPS mit dem Gruppen-DPS vergleichen und dir deine Teil denken. Ach, man sieht gar nicht die DPS. Es ist halt eh ein bisschen komisch hier. Warte mal. Immerhin schon 44 K DPS. Schon fast die Hälfte. Man sieht halt irgendwie anonym oder sowas steht dann da und vor allem da und dieser Skelett-Zauberbinder werden irgendwie auch einzeln aufgelistet. Achso, man kann es verbieten. Das ist auch das erste Spiel, wo ich glaube, wo ich sehe, dass man... ...dass man verbieten kann oder halt, dass man erlauben muss, dass andere von dir den DPS messen können. Das ist interessant. Was Rates angeht, 100 K ist schon etwas hoch. Da reden wir von Veteranen-Rates mit Hard-Mode. Früher war die DPS deutlich niedriger und man hat die Rates trotzdem hinbekommen. Für Neur-Rates ist das vielleicht eine andere Geschichte, aber ich würde nicht unbedingt viel... ...ä, Wett-Hard-Mode als... ...Messlatte nehmen. Ja, aber du weisst ja, wie die Leute sind. Du weisst ja, wie die Leute sind heutzutage. Die Leute verlangen, äh, von dir, dass du trotz... ...dass du quasi schon... ...den DPS erreichst. Warte, aber wie erkläre ich das am besten? Sagen wir jetzt mal... ...sagen wir mal jetzt mal, ich gehe jetzt irgendwo... ...in einen, äh, Veteranen-Dungeon rein. Wo ich... ...wo ich das Set bekomme. ...mein besten Slot-Set bekomme. Ja? Als Beispiel. Und dann, äh, äh, suchst du eine Gruppe oder eine Gruppe sucht Spieler. Und diese Gruppe, die sagt dann so, ja, äh, wir suchen... ...einen DD, ...der... ...so viel DPS machen soll, wie... ...mit den Sachen... ...also quasi mit den Sachen, wo ich da drin bräuchte, damit ich diesen DPS erreiche. Das war damals schon in World of Warcraft so. ...dass die Leute erst dann anfangen zu übertreiben. Natürlich sind nicht alle so. Aber das, 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 das Limit wird automatisch sehr hoch gesetzt von den Leuten. Und neue Spieler haben dann relativ schlechte Chancen, da überhaupt, äh... ...ja. Ja. Na, ganz schlimm war es zum Beispiel als, äh, oder so ein Beispiel war, als, äh, 2019 World of Warcraft Classic rauskam. Und die Leute sind da so krass durch die ganzen Raids durchgerusht. Weil einfach alles... ...komplett zu Tode analysiert wurde. ...und alle World Buffs hatten. Und alle hatten, äh... ...die besten Skillungen und das beste Equip, wo man am meisten Schaden macht, und so weiter und so fort. Und dann hast du... ...und wenn du irgendwas gespielt hast, was nicht Meta war, zum Beispiel... ...ich weiss nicht, wie gut du dich auskennst mit World of Warcraft, ...aber wenn du zum Beispiel einen Boomkin gespielt hast, ...also einen... ...Moonkin-Druiden-Gestalt... ...gespielt hast... ...dann wurdest du nicht mitgenommen. Obwohl der Damage komplett ausreichen würde, um den Raid zu clearen. Aber dadurch, dass es halt dann eventuell 15 Minuten länger dauert, ...oder lass es eine halbe Stunde länger dauern, ...als wenn du irgendeine Klasse spielen würdest, ...oder irgendein... ...irgendein Build spielen würdest, der Meta ist, ...weil es halt eine halbe Stunde länger dauern würde, ...wirst du nicht mitgenommen. Also viel DLC-Raid mit Hard-Mode meine ich. Das... ...Base-Game-Rades sind ja normal... ...noch mal einfacher. Stimmt, ja genau. Das habe ich auch gehört. Finde ich auch krass, dass die beiden DLCs die... ...Sachen noch mal schwerer gemacht haben. Das merke ich ja schon, wenn ich... ...das merkst du ja nur schon an den Dungeons zum Beispiel. Wenn ich... ...wenn du in einen Base-Game-Dungeon rein... ...ohne Hard-Mode oder sonst irgendwas... ...wenn du einfach in einen normalen Base-Game-Dungeon reingehst, ...da hast du irgendwie praktisch gar keine Mechaniken, ...außer vielleicht... ...Achtung... ...AOE auf dem Boden... ...geh da raus... ...und dann gehst du in einen DLC-Dungeon rein... ...und dann plötzlich so... ...warum ich selbst nie in diese High-End-Rades rein bin. Ich mache selbst nicht viel DPS in meinem DDE... ...und kann mir nicht wirklich vorstellen, was genau ich so falsch mache. Das andere das 2- bis 3-fache machen. Ja. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich bin ja auch nicht mehr so der Raider wie früher. Früher habe ich ja in Final Fantasy XIV komplett Endgame geradet, alles. Aber das wurde mir dann irgendwann zu anstrengend. Ja, du musst dann immer... ...weißt du, du musst dann auch immer... ...dieses ganze Theater von wegen... ...ja, du musst dann immer schön genau... ...alle Buffs aufrechterhalten. Du musst Buffs haben, du musst alle Tränke haben... ...immer und regelmässig nutzen... ...und auf Cooldown... ...und... ...perfekte Verzauberungen haben... ...und weiss für sich was... ...das hat die ganze Zeit... ...ne, jede Woche... ...oder ich weiss nicht... ...weiss nicht, wie hier die Resets sind in dem Game. In Final Fantasy XIV war es eine Woche. In B.O.W. auch. Du hast ja noch diese Verpflichtung die ganze Zeit... ...du musst immer pünktlich da sein, jede Woche. Du kannst nicht sagen, ja ne, heute habe ich mal keinen Bock. ...und du kannst nicht sagen, ja... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob das die ganze Gruppe ist. 61.000. Ich hab jetzt so 14.800 DPS gemacht. Ich hab mir so Mühe gegeben. Krass. Ist ja voll wenig. Kann ja fast nicht sein. Ich hab auch das Gefühl, dass der DPS-Meter irgendwie komisch ist. Manchmal. Also da gibt es einen Reset für die Raid-Quest. Aber du kannst theoretisch beliebig oft den Raid machen. Auch Loot rausholen? Oh. Okay. Krass. Okay. Das ist cool. Das heißt, du hast keinen Stress, weil du es eh jeden Tag machen könntest oder mehrmals machen könntest. Das heißt, du hast keinen Stress, kannst du nicht im Kopf tun. Aber ich bin bereit. Du kannst nicht gut tun. Aber ich bin gut. Das ist kein Stress. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich habe sie gehört. Verdammt, wir können hier nicht reden. Das ist natürlich nice. Ich werde heute mal eure gebrochenen Leichnahme an die See. Komm raus, Lieblinge, komm raus. Ich verbranne euch zu Asche. Kelger, die Bärenfrau, sie, Skellger. Wow, rippt. Ein Schoas-Knochen, diese Bastarde nehmen kein Ende. Euch geht es gut, den Göttern-Saldak. Unser Angriff lief nicht gut. Ich rettete wenig Konzer, aber dieses Gehirn. Zombies. Was? Na, dann kommt er. Aua. Nicht meine Köpfe. Ach, wir reifen! Was ist das? Was ist das? Was ich zum Glück selbst irgendwie auch recht früh mitbekommen habe, ist halt diesen Light Attack zwischendurch reindrücken. Das macht echt auch sehr viel vom DPS aus, weil dadurch lädst du deine Ulti halt hoch erstens mal und du hast halt einfach einen zusätzlichen Angriff zwischendurch. Weil du hast eh eine Sekunde Cooldown zwischen den ganzen Skills, die du machen kannst. Was ja hier in dem Game so quasi eine Sekunde Global Cooldown kann man sagen. Aber der Auto Attack, den kannst du dazwischen reinmachen. Ich schaff's zwar immer noch nicht komplett, vor allem wenn ich die Leiste wechseln muss. Aber das macht schon was aus. Das ist schon... Ah, fuck. Bäh. So als Waste. Also... Ihm... So als Waste. So als Waste. Aua. Aua. V egootour. Aua. Nuh. Wuh! Vom. Yeah. Ah. Oh, fuck. Hello. Oh, well. Had contradictions. Hold their bow to them. There won't be this Bissase. Er. 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 Oh mein Gott, wo geht der Stralin? Da wollte ich ihn eigentlich nicht haben, aber... ...sie sind auf dem Weg in den Innenhof! Hau sie wieder! Verdammt! Verstärkung! Ich halte direkt Mannen, auch solange ich kann! Wir stecken eure Herzen in einen Korn! Hau! 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 Was ist das? Oh mein Gott. Töte die Hexe des Ice Cup-Zirkels. Oh oh. Oh mein Gott. 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 Aufpassen. Holy moly. Rote Partikel unterbrechen, gelbe Partikel blocken. Da habe ich nie drauf geachtet, dass da irgendwelche roten und gelben Partikel sind. Bei den ganzen Effekten sehe ich das gar nicht. Aber ich habe es jetzt einfach angenommen, weil sie halt den Stab nach oben heben und dann diesen Cast da in die Mitte machen. Es ist aber ein bisschen traurig, dass ich und eine andere Person das alleine gemacht haben. Die anderen da mit ihren 1800, 1200 CP. Ich meine, die müssen das Spiel ja... Mein Gott, wie lange spielt die das schon? Ein Jahr? Oder länger? Je nachdem. Wenn es ein Twink ist, noch länger. Naja. Hat ja geklappt. Irgendwie. Das war... ...interessant. Der Frenzy Crab, der hat das geschrieben. Der ist der Einzige, der das weiss anscheinend. Auch noch. Der hat das heißt, da ist der Einzige, der das rote partikel gelbe partikel ich glaube ich muss eh mal meine effekte glaube ich unterschrauben falls es überhaupt geht ob jetzt kommt plötzlich auch rein so ich gehe jetzt schleichen tschüss ich bin ich bin nicht papier stufe 4 warte mal sind das sind das sind das humanoide npcs hier drin oder gegner muss man kurz was fressen das sind goblins scheiße aber ich weiß ich rinze faturig ja 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 Okay. Ich bin froh, dass wir die sind, die noch leben. Aber ich kann mich einfach durchschleichen, so gut es geht. Als Vampir, DAS geht, ja. Das ist halt als Assassine, glaube ich, und wenn du so eine Diebesgilde Roleplay mäßig was machst. Ist das halt, glaube ich, auch saugeil, wenn du Vollgas schleichen kannst. Ohne, dass du langsam bist. Und es kostet, glaube ich, auch weniger Ressourcen. Das ist schon auch cool. Oh, schön. Was habt ihr gefunden? Ziehenflöts habe ich gefunden. Vielleicht hat sich der auch gedacht, ich schaue mal, ob die die Basics kennen. Das passiert schon recht häufig, dass ein oder zwei Spieler die Mechanik machen. Und der Rest lernt nie daraus, weil irgendwie macht es ja. Es kommt aber darauf an. Ich muss echt sagen, es ist aber manchmal sehr schwer, die Mechaniken hier rauszufinden in dem Game. Es ist nicht sehr, es ist nicht selbstverständlich. Ich meine jetzt klar, jetzt eben, jetzt eben war das relativ selbstverständlich. Weil es war offensichtlich, nachdem wir die vier Hexen einmal verkloppt haben, dass sie da irgendwas am Casten sind. Also war das für mich selbstverständlich, dass wir die irgendwie unterbrechen können oder müssen. Das ging jetzt. Aber manchmal sind Mechaniken dabei, wo ich einfach keinen Plan habe, was man da machen muss. Wenn du nicht irgendeinen Add-on hast, dass es dir sagt oder wenn es dir nicht mal jemand gesagt hat oder beigebracht hat. Zum Beispiel, ja du darfst die und die Adds nicht töten. Nur diese Art Adds. Die anderen Adds darfst du nicht töten oder so. Das wird ja vielleicht, wenn du die Quest machst und du liest die Quest durch, vielleicht wird es da erklärt, wenn du Glück hast vom NPC. Oder wird es erwähnt, aber manchmal hatten wir schon Momente, wo es einfach irgendwie geklappt hat. Ich glaube bei dem einen Dungeon, ich weiss nicht mehr wie der hieß, mit den Werwölfen. Das sind so extrem muskulöse oder dicke Werwölfe. Und ich weiss nicht, ob es der zweitletzte Boss war oder der letzte Boss. Der beschwört immer so einen oder mehrere davon. Die halten relativ viel aus und die one-shotten dich. Vielleicht muss man die auch unterbrechen, aber die kommen zu dir, machen so einen Stampfer auf dem Boden und tot. Da haben wir uns irgendwie durchgevibed. Da haben wir keine Ahnung gehabt, was man da machen muss. Es wurden einfach irgendwann so viele Werwölfe. Die haben sie zum Schluss einfach ignoriert. So gut es geht, dann einfach voll Damage auf den Boss gemacht. Häufig passiert ein NPC, der einen durch den Dungeon begleitet und einen während dem Kampf Hinweise zuruft. Wenn nicht der Boss selbst erklärt, dass er gerade etwas macht. Jaaaa... Das kann gut sein, ja. Dass man da auch drauf achten muss, was die NPCs sagen. Jaaa... Es gibt ja diesen einen Dungeon, wo der eine so... Ich weiss nicht, ob er beim zweitletzten Boss oder beim letzten Boss... Wo er so Heilmittel auf den Boden schmeisst. Und dann sagt er dir, ja, ja, ich habe hier ein Heilmittel. Nehmt es, um euch zu heilen. Oder nehmt es, um... Um... Die Krankheit zu lindern oder irgendwas. Das ist dann auch klar, dass du da reinlaufen musst. Oder halt, dass du das Heilmittel nehmen musst, wenn du zu krass aufs Maul kriegst. Aber in den meisten Fällen hast du auch immer, wenn du fragst... Leute, die, äh... Es dir dann erklären. So, jetzt schauen wir doch mal, haben wir irgendwas Gutes bekommen? Ein Blitzstab. Was haben wir hier? Froststab. Ich will lieber den Blitzstab haben. Äh... Noch ein Blitzstab. Oh. Oh. Hosen. Nehmen wir jetzt einfach, weil es eine 160er Hose ist. Lebensregeneration... Ne, das wollen wir nicht. Ja, schade. Nur Müll. Oh. Außer ein episches Rezept. Und ein Gemälde. Toll. Och. Sonst hier irgendwas? Natürlich... Genau nochmal Hosen. Genau die gleichen. gut sind ein bisschen besser weil sie weniger sprintkosten haben immerhin statt mehr rüstung also nehmen wir die so jetzt hier etwas neues was gratis ist ja nice dann sind wir mit den dailies schneller fertig als gedacht krass das ging ja schnell gut wir hatten auch glück mit dem mit dem mit dem daily dungeon dass der genau auch einer war den wir für die für die für die unerschrockenen brauchen ja genau gipfel der schuppen ruferin und nun das heilmittel herzustellen ruft er einem vorher zu ja genau 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 seid gegrüßt sehr so es wird langsam dunkel wie man sieht er muss dann auf jeden fall nachher wieder so 30 minuten afk wie fast jeden tag wenn es so vor allem wenn es so warm ist jetzt mal gucken wetterbedingt heute hatten wir 34 grad hier morgen soll es noch mal genauso warm werden angeblich aber meine handy app die kannst du in die tonne treten die stimmt sowieso nicht oder es ist eigentlich keine das ist es ist eine app aber es ist auch keine app die standard die war standardmäßig hier auf dem handy drauf diese wetter das wetter ding aber das stimmt so überhaupt nicht kannst höchstens gucken das was gerade aktuell ist das stimmt aber zum beispiel soll es jetzt hier angeblich am donnerstag regnen und nur 28 grad haben aber ob das stimmt keine ahnung am morgen soll es noch mal genauso warm werden aber es soll gewittern und anfangen zu regnen zumindest zu 41 prozent shows dass ich muss auf jeden fall heute noch mal tränken gehen gleich zonen dailies fragezeichen was sind zonen dailies seid ihr mit dem ab der ver- der orden der gute geschichte wird die eure immer besser ich wusste übrigens zum beispiel auch gar nicht dass ich als vampir kann ich äh also ab stufe vier kann ich ja normalerweise mit den npcs nicht mehr reden die hassen mich dann oder die wissen dass ich ein vampir bin aber ich kann mit 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 äh das wusste ich gar nicht das habe ich auch erst gestern erfahren ich kann mit äh hypnose kann ich npcs verführen und dann kann ich mit den nacken und dann kann ich sachen verkaufen an die oder kann ich mit denen sprechen ich weiß gar nicht ob das überhaupt da steht äh starren der werft die feine um euch und betäubt sie fünf sekunden lang falls sie eure blickrichtung blicken diese beteiligung kann nicht geblockt werden nö steht hier sonst gar nicht das ist zum beispiel ein fall wo es wo es äh nicht selbsterklärend ist oder wo es nicht dasteht das ist wirklich das muss man entweder per zufall mitbekommen haben oder halt wie gesagt wie ich in meinem fall irgendwo gesehen haben dass das dass das funktioniert weil ich bin vorher einfach immer in die assassinen gilde gegangen um die sachen zu verkaufen wenn ich stufe vier vampir war aber das finde ich so dass das finde ich so eine so eine so ein cooler flair so eine nette kleinigkeit halt dass man so leute bezirzen kann quasi damit sie dann doch mit einem sprechen was noch cooler wäre wenn man irgendwie so ein 5% rabatt von npcs kriegen würden oder wenn sie einem 5% mehr gold geben würden oder so das wäre natürlich noch mal so ein bisschen aber das wäre vielleicht ein bisschen zu stark in dlc gebieten gibt es in der regel drei dailies für gewölbe weltbosse und welt events und was bringen diese dailies gibt das ruf bei gewissen fraktionen oder halt level bei gewissen fraktionen auf Okay. Und die Minzen in meinem Goldwald. Man bekommt Setgegenstände und manchmal auch eine Seite von den bestimmten Handwerksstilen in dem jeweiligen Gebiet. Und es zählt zu den Achievements. Noch mehr Dailies. Juhu! Es ist schon krass, wie viele Dailies man machen könnte, wenn man möchte. Man hat schon viel zu tun jeden Tag. Vor allem als neuer Spieler, wenn man irgendwie alles irgendwo freischalten muss. Heute. Hat er lange... Beeindruckt. Was ist wohl Bollkrolls Lieblingsgewölbe? Das sollten wir ihn bei Gelegenheit fragen. So. So. Bei Rot müssen wir 45... Ah, 15 Tumbling. Okay. Okay. Also, das habe ich mir auch überlegt, ob ich das Teil mir vielleicht auf die Leiste packen soll. Weil dadurch habe ich halt grössere Wildheit und Präferie. Das bin ich noch am überlegen. Ich habe sie ja auch schon geskillt. Ich habe sie ja auch schon geschnitten. Ich habe sie ja auch schon geschnitten. Ich habe sie ja auch schon geschnitten. So... Welche Abenteuer planen wir? Einfach nur Dungeons machen mit ihr oder Gewölbe machen oder öffentliche Dungeons, Bosse killen oder hier die Borghul Dailies machen von den Unerschrockenen oder was du auch mit der Kriegergilde kombinieren kannst quasi, die Anker machen, das mag sie auch. Vor allem auf der Hochinsel mag sie diese Vulkane, wenn man die macht. Da kannst du die Beziehung echt sehr schnell bei ihr hochpushen. Ich habe jetzt nichts spezifisch gefarmt oder so, um ihre Beziehung hochzumachen. Ich habe sie einfach dabei gehabt und meine Dailies gemacht und sonstigen Sachen gequestet. Das ist echt krass. Wenn man jetzt die Diebesgilde levelt und oder die Assassinen-Gilde, dann hast du mit Ember sicher auch gute Möglichkeiten, da Dinge zu tun. Die mag es ja, wenn man Sachen klaut. So, ach ja, ich muss immer noch 10 Tonnen Opfer, was ich... So, ach ja, ich muss... Das war's für heute. Ich brauche eine Ruhe, Pauze. Ich brauche einen Opfer. Ja, das sitzt zu nah. Ich brauche einen Opfer alleine rumlaufen. Und ich habe ja diese verderbenden, blutigenden Mara-Tränke, oder wie die heissen. Aber ich will das nicht, damit ich um eine Stufe zu erhöhen, extra diesen Trunk nutzen. Ich brauche einen Aufmerksamkeit. Ich brauche jemanden. Wir brauchen Hilfe. Oh shit. Upsi. Au. Ah, die Wache habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe mich auch gewundert, dass da einer einfach so rumläuft. Scheiße. Naja. Vor allem sind sie halt sogar rot jetzt. Jetzt greifen sie mich an, direkt. Holy shit. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ich habe gerade meine Ausdauer aufgebraucht. Au. 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 U celui. Au. 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 So... Bestätigen. Das ist der Nachteil, wenn du so Sachen... Eine Sache... Ich muss dich kurz bezirzen. Meine Werkstatt! So... 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 Bestätigen... So... 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 Passt noch. So. Gut. Bevor es zu dunkel wird, bin ich dann mal schnell die Blumen tränken. Circa halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wie schnell ich bin oder ob ich sonst noch irgendwas machen muss. Und wie Katzen davon abhalten, dass sie nach draussen gehen, weil das dürfen sie heute nicht. Das wird noch lustig werden. Naja, okay. Dann bis nachher. Sag ich mal. Bis gleich. Ich kann ja so lange ausloggen, würde ich sagen. Es kickt mich eh gleich raus. Können wir ausloggen. So. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bereite mich gerade für PvP-4. Ehrlicher Handel, RT-3. Verkaufen, kaufen, handeln, hier seid ihr richtig. Könnte man als Heal mitnehmen? Bitte natürlich auch alternativ. Ja, das ist gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh shit, ich muss da, sollte da auch mal vielleicht die Quaste abgeben gehen. Ach, das war die Daily, hä? Okay. 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 Ich muss mir da was switchen gleich, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist keine gute Idee, was ich hier mache. Ich denke, da wäre jetzt in dem Fall wirklich gescheiter, wenn ich hier Vampirismus reinnehme. Letztens bin ich viel zu schnell oben. Okay. Das ist der Nachteil, ich muss hier nahe kampfen. Okay, danke Gott. Shh. Okay. Oh shit. Der Punkt! Sie haben ihn erobert! Sie haben ihn erobert! Nee, das ist schwindig. Fuck. Yo, okay. Wow. Was ist das denn? Toresstrahl hoch 2. Jetzt kommt ihr, jetzt kommt ihr her. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ja. Geh da nicht hin. Der Punkt, wir haben ihn erobert. Wir haben nicht gewonnen. Ich habe gedacht, wir wären richtig gut. Aber ich nehme es. Zweiter Platz reicht aus. Das ging ja halbwegs gut, Question Mark. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ich habe was ihr braucht. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ah! Verkaufen! Kaufen! Hier seid ihr richtig! Ja... Oh... Hier! 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 Okay, dann nehmen wir doch mal ein paar Sachen mit. Dann zu einmal... Dann habe ich auch gesehen, da kann man nämlich Mauern reparieren und das soll relativ einfach sein. Oder damit kann man einfach Punkte machen. So, jetzt skilltechnisch bin ich happy damit. Wahrscheinlich nicht wirklich, weil ich verbrauche zu viel Mana, habe ich eine Möglichkeit. Aber da bei Zero Deal oder generell in dem grossen Schlachtfeld sollte ich mehr auf Range bleiben. Könnten wir vielleicht die mystische Kugel noch austauschen gegen irgendwas anderes. Jetzt habe ich keine Ahnung gegen was. Ich muss die Sachen kacke. Wie ist das? Ja! Ich würde mich verwerten! Ich würde mich gewinnen und gewinnen. Die Skillpunkte... Ich meine, ich könnte... Das Skelett braucht halt so Ewigkeiten, das ist ein PvP, ich weiss nicht, glaube ich echt nicht so gut. Was ich aber machen könnte alternativ ist... Ah nee, das ist blöd. Ich kann auch jetzt hier stundenlang zu philosophieren, was man am besten mitnimmt. So, hier gibt's Dailies in der Kaiserstadt anscheinend. Wenn man das nicht mehr machen kann, da warte ich jetzt noch nie. Da gibt's meine Quest. Ich sage es euch, Soldatin, eine Stadt wie diese, hat man euch mit Versprechungen über... Wir haben uns in einen... Ihr macht euch also nicht aus dem Staub, was? Ihr bleibt hier und kämpft? Na schön, dann lasst uns an die Arbeit. Das ist alles. Eine letzte Sache. Es gibt eine Frau... Trefft mich bei den Handwerkern, und zwar rasch, wenn's recht ist. Was ist die Quest drin? Ach, das ist die Quest. Ach, das ist die Mitte! Ach so, ich dachte hier muss man extra... Okay, okay, okay. Oder sollte ich lieber... Ich leite eine Untersuchung. Die einzige Untersuchung, auf die es ankommt. Eure Freunde haben für eine gute... Weil ihr kein Dummkopf seid. Seid ihr doch nicht, oder? Verzeihung. Ich befasse... Ehrlich gesagt, nein. Noch nicht. Aber das lässt sich ändern. Ich brauche ein... In den Bezirken. Es gibt sechs davon. Molag Bal möchte seine Spuren verschleiern, indem er sein... Eure plumpen Kumpanen von der Miliz haben bereits Routen durch die Abwasserkanäle abgesteckt. Ihr habt Zweifel. Seid skeptisch. Also, ihr macht ein eher... Das ist ein ganz simp... Das ist eine... Ihr habt Furt... Wie wir alle. Okay. So, und jetzt gibt es irgendwie so einen Raum mit... Ach du heilige Scheisse. Okay. Mit Leitern. Und da kann man... Ich weiß es... Oh. Warum haben Sie es so sehr? Heiligsblechle. Hier gibt es Sachen. Hier gibt es Sachen. Hier gibt es Sachen. Die Erkundung des Adelbezirks. Das ist glaube ich der Leiter. Besserungstunnel. Besserungstunnel. Das ist der Leiterraum. Okay. So, ich will ganz kurz hier reingucken, weil da ist ein Buch drin. Was ich gerne hätte. Was ich gerne hätte. Ich habe mir nämlich vorhin oder heute... ein Video angesehen. So von wegen... Ja, äh... Tipps zum Event. So, man sollte einfach alle Leitern schnell hochgehen. Und, äh... Die Delia nehmen und dann... ...machen. Weil ich es überhaupt kann. Probieren wir es einfach mal aus. Was passiert, wenn ich hier hochgehe. Bei den Göttern. Was für eine... Eine nette Aussie. Durchaus. Reiß ihnen das Fleisch vor den Knochen. Ah. Ja, schnell. Hoch. WTF? Das Cooldown? Oder muss man da... ... immer ein bisschen warten? Oder wie? Das ist wie so ein... Wie so ein... ...instanzierter Bereich. Es wird klappen. Ich habe gehört. Natürlich. Irgendwas, was die... Das gehört gar nicht umziehen. Das gehört gar nicht umziehen. Wir haben ihn im... ...Gedenkbezirk. Das ist ein spezieller Mob. Ist er das nicht? Das ist ein Xibin. Das ist halt das geile ich kann jetzt hier durchschleichen. Niemand sieht mich. Das ist ein Xibin. 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 Xibin. Das ist ein Xibin. Xibin. Das ist ein Xibin. Das ist ein Xibin. Das ist ein Xibin. Das ist ein Xibin. Xibin. Das ist ein Xibin. Das ist ein Xibin. Das sieht in einem Boss aus. Wie komme ich in die Mitte? Wie komme ich in die Mitte? Kann man sich hier irgendwie ein Event starten oder ist es einfach auf cooldown oder? Ja! 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 Am blutigen Kriegsspiel teilnehmen. Okay. Ah! 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 Suck! Ah! 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 Ah, ittsam. Genießt eure letzten Augenblicke. Es ist nicht meine Schuld. Es tut mir leid. Holy fuck. Sie ist in meinem Kopf. Es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Was mache ich hier? Tötet mich, bitte. Ja, würde ich gerne. Holy fuck. Ah, natürlich. Andere Spieler hier. Klar, klar, klar. Ah, jetzt gehört das ihnen. Oh, Mann. Kann ich mich hier wieder beleben? Da muss ich auch noch was machen. Soh, ja. Okay. Ai, 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 ai. Ja, das schaffe ich alleine. Da bräuchte ich jetzt ein Solo-Build. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eher gescheit, wenn ich das wirklich switche hier in PvE, wahrscheinlich. Wenn wir hier mehr auf Arena drauf, äh, geschnetzeltes gehen. Es ist krass, wenn du mit dem Schädel spielst, mit diesem Abprallschädel, da bist du übelst schnell oben. Das ist krass. Wie schnell der da ist, oh komm, jetzt kommt er gleich wieder, ich bin froh, ja, langweiliger Sack. Ah, es sind sogar zwei, ja okay. Man, ich will doch nur diese Kack-Dailies machen, ist das so schwer. Das ist nicht erlaubt, darf ich das nicht? Was ist das? Ich kann nichts machen. Ah, scheiß drauf. Er ist tot. Aber jetzt wird er da, jetzt lebt er sich gleich da drüben, dann begegne ich ihm gleich wieder. Wenn er wieder hier rüber rennt. Hmm. Hmm. vaar. Ich glaub bin ich nicht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, eine Skill jetzt, weil jetzt so kann ich Leute. Hat das jetzt gar gecleert? Oh Mann! Wir könnten ja jetzt einfach zum nächstenilem gehen und das zum Schluss nochmal machen. Ups, vergessen das ich nicht! Was ist denn da rein hier? Wo bin ich jetzt? Wo zum Teufel? Wo bin ich denn? Das ist halt geil als Vampir. Kann sich ja wirklich an allem vorbeischleichen, einfach solange du Ausdauer hast. Aber die Ausdauerkosten sind ja auch reduziert. Das ist der falsche Stützpunkt. Das ist der falsche Stützpunkt. Und dann wäre ich... Wobei ich die Scherben natürlich schon irgendwo gerne hätte. Das ist der falsche Stützpunkt. 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 So wie es aussieht. Oh. Sehe ich tote Menschen. Natürlich. Ah. Ist ja klar, dass jetzt genau da zwei Leute sind. Und die ich wahrscheinlich überhaupt keine Chance habe. Jetzt warte mal, wie komme ich hier? Oh mein Gott, das ist ja riesig. Ich will hier raus. Ich will hier nicht sein. Wo bin ich? Let me out. Heilige Scheiße. Warte mal. Wenn ich wieder rausgehe, nach oben, ist es glaube ich schneller, als wenn ich jetzt hier komplette Kanalisation ablaufe. Aber lass mich schnell hier versuchen noch mal den Kristall zu holen, schnell, wenn ich gerade schon hier bin. Jetzt sind sie jetzt abgehauen. Okay. Okay. oh das war knapp hey ein vampire sein ist schon gut in diesem fall hier geht es nicht raus scheisse 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 alles gut ist ja kein durchgang war vorhin da auch lang oder nicht oder bin ich hier oben lang man 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 mag das gebiet nicht überhaupt nicht not a fan not a fan not a fan not a fan nicht 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 Ja, ja, ja. Hark, Sack! Hallo! Jetzt! Reden Sie zum Schreien! Wer bringt mich? Postet diesen Sieg ruhig aus! Es wird euer letzter gewesen sein! Hat das gezählt? Ihr Kopf wird meine Trophäe werden! Ich hab übelst meine Probleme! Krass! Ich kann... Wow! Krass, 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 krass! Wow! Ich freu mich jetzt plötzlich so Mana-Probleme! Wtf? Why? Hahaha! 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 Wow! Wow! Holy shit, ey! Keine Chance! Was? Wegen das Ding komme ich nicht an! Wow! Okay! Krass! Heftig! Kann das nicht! Natürlich, ich wollte es ahorren! Ich lasse auch mal auf винtenen wir Stundenken! Oh ja! Wahnsinn, ey. Wow, nee. Keine Chance. Nope. Gegen die komme ich nicht an. Nö, 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 nö. Die ist zu krass. Alleine keine Chance. Wow. Okay. Ich bin nicht OP genug. Ich bin leider nicht OP. So, die zwei Leitern habe ich jetzt in Anführungszeichen abgeschlossen. Die Quests abgeben hier. Ihr seid sehr schön. Lasst uns heraus. Gute Arbeit. Ich schmuggle diese Leute. Nice. Wenn du Vampir bist, hast du wahrscheinlich genau das Problem. Das ist halt alles viel zu viel. Okay, wir müssen Fallen aktivieren, unter anderem. Falsche Seite. Den Dings holen wir uns auch schnell, den Kristall. Können wir uns hier zum Glück schön vorbeischleichen. Oh. Wahrscheinlich oben. Oh. Okay. Das ist das. Oh. So. Okay. Okay. Well done. Soldaten der Nulm-Legion soll ich töten. Kylo! Oh man ey, fuck off! Gibt's wirklich mehr, ey? Natürlich ist es hier, kann ich nicht wiederbelebt werden. Hmmmm... Lohkisch! Das ist dann eine Reihe von allen Mobs hier, um auch zu spielen oder so. Schön. Bewegung! Das war's. Folder Waste Jetzt gehen wir uns hier einfach durch Fuck Kurz auf die rechte Maus, was sie bekommen Äh, wo ist die Falle? Hier irgendwie rein Okay Traust du dich aber was? Ja 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 Okay Okay Was gut ist der Ort kann ich jetzt die Delia nehmen? Nicht so farb Sammelt Zwielichtkrallen und findet Flasche mit Ritual Schiess mich tot Okay Okay Oh, die ist gerade gestorben glaube ich oder sowas Ich freue mich Ah ne ist gar nicht der Boss Ich dachte es wäre der Boss von Pulli Ich dachte es wäre der Boss von Pulli Ja Wann müssen wir jetzt nur noch diese Sachen finden hier? Den Kristall am besten auch noch Nee Die Map mag ich nicht Das ist wenn man so mehr Arena mässige Sachen mag Wo man sagen wir mal eine höhere Chance hat um auf andere Spieler zu treffen Dann mag einem das vielleicht gefallen aber ansonsten Ah Können wir niemand helfen? Hilfe zieht euch Hilfe 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 Oh, der ist gerade gespawnt. Was ist denn eine kacke Kugel über mir? Dass ich mich nicht ansichtbar machen kann. Fuck. Oha. Äh, salb die Ölfässer. Okay. 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 Nicht frei. Nein. Und nicht lange. Es geht. Also wenn man schnell die Quest abgeben möchte oder wieder da hinkommen möchte, einfach schnell sterben und dann R drücken. Nicht E. Und den Gegnern. Ja, ne, das PvP-Gebiet, das ist nicht mein Fall. Ja. Hier hast du gar keine Wahl, hier musst du ja Leuten begegnen, weil hier das Gebiet ist so klein. Aber die Gebiete sind so klein. Wenn du Glück hast quasi und alle einfach nur die Dailies machen wollen, dann, äh, klar, dann lässt man sich in Ruhe, aber... Ja. Weil das jetzt uns gehört, komme ich jetzt da dann in die richtige... Oder wo komme ich jetzt raus? Jetzt mal lädt das fünf Jahre. Ja, aber auch nur per Zufall, weil hier im Süden eh das Gebiet von uns, von meiner Fraktion ist. Naja, aber wenn wir schon hier sind, dann können wir ja schnell einfach Sachen erkunden hier und, äh, Kristall holen. Vielleicht kriegen wir noch so in zwei Schatzkisten oder sowas. Okay. Beanche. Also... G compel. Maaron. Das ist mein Tod. Phew lucky. Zum Nü cut in der die ulti ready. Sonst hätte das schmerzhaft dehnen können. Wir kriegen noch eine Kiste. So jetzt. Das ist ein weiter Weg. 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 Das habt ihr geschafft. Ihr habt also die ach so mächtige Königin gerettet, was? Hab ich ja. Wow. So, und wo kann ich die jetzt? Kann ich jetzt hier sagen, jo? Währung einlagern. Oh. Also, man kann das gar nicht einlagern. Aber wie willst du 200.000 davon ansparen? Das ist ja gestört. Wie soll das denn gehen? Waffen, Rüstung, Schmuck. Krass. Okay. Okay. Das ist Elfen. Zirk, gucken nochmal. Wer das schon haben? Also, das Gebiet fehlt dann noch, glaube ich. Den Rest müssten wir haben. Wollen wir gerade schnell den Kristall holen, wenn wir schon hier sind. Oder die Scherbe. Vernichtet die Ballisten. Vernichtet die Ballisten. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Zwei. Zwei. Nein, das andere ist natürlich ein NPC, der auch auf mich losgeht, ist ja klar. Oh, fuck. Wo? Ja. 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 Auch noch weil zwei andere dazugekommen sind. Du lästige Fliege, hat er sich gesagt. Hau ab! Scheiss. Oh Mann. Die wissen halt auch genau, wo die Spieler sind. Die wissen halt, dass da die Ballisten sind und so. Dann können sie immer nur die Ballisten ablaufen. Also vielleicht sind sie doch random, ich weiss es nicht. Aber das Gute ist... So am Pier kann ich mich einfach wegschleichen. Findet das Teerfass. Oh mein Gott. Ich mag das neue Spieler. Kurz äh... Sabotiert die... Was? Sabotiert die Schmiede? Ja, also für die Map ist Vampir natürlich auf Stufe 4 halt Luxus, gell? Also das muss man schon sagen, dass ich mich hier durch die ganzen Sachen durchschleichen kann. Im Sprint. Let me out! Also ich müsste mich hier eigentlich töten lassen, weil ich will... Danke fürs töten! So, jetzt müssen wir nur noch ins... Arboretum. Danke. Hallo? Darf ich... So, wo ist das Arboretum? Denkbezirk... Da war ich, glaube ich, schon im Tempel. Aber ich schau ganz kurz nach, aber ich meinte, da wäre ich gewesen. Hier gibt's auch eine Daily. Ich würde gerne hier raus. Okay. Ich würde gerne hier raus. Mein versuchter Sprung ist fehlgeschlagen. Du seid bereits in der Warteschlange. WTF? WTF? Let me out! Das ist ein bisschen komisch. WTF? Das ist ein bisschen komisch. Ihr Götter, was für ein... So, er schlagt Dedro, Flammendrachen findet... Oh, da läuft schon tonnweise Spieler rum. Oh, wow. Oh, das ist ein Junge Kilt. Schlag Dethro und Flammen Ah, ist das ein Dethro? Nice Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nice. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. Das ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 I'm out. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Okay. 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 Oh my God. Okay. Okay. Nice. Okay. 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 Okay.